Heute malen wir mit natürlichen Farben. Warum versuchst du es nicht auf? Es macht viel Spaß. Frage ein Erwachsener, dir zu helfen. Wir sind draußen im Wald, wir haben sehr viel Spaß. Heute werden wir malen und wir legen los. Wir suchen nach Naturfarben, um ein Bild zu malen. Blum werden für unser Lila und nehmen Wasser zum Mischen. Schlamm macht ein sehr tolles Braun, die Blätter ein schönes Grün. Nimm sie doch und zerstram sie, die fertigen Farben sind schön. Wir sind draußen im Wald, wir haben sehr viel Spaß. Heute werden wir malen und wir legen los. Kauke deinen Pinsel ein, ganz einen Wirbel mal. Machen wir hübsche Muster aus den gefundenen Farben. Wir sind draußen im Wald, wir haben sehr viel Spaß. Heute werden wir malen und wir legen los. Sieh dir das nächste LBB Junior Video jetzt an. Für weitere tolle Videos abonniere unseren Kanal.